Hallo meine lieben Gold- und Silberfreunde, im heutigen Video sprechen wir über das Thema Gold als Krisenschutz. Zählt es wirklich dazu und eignet es sich dafür? Darüber sprechen wir in diesem Video und los geht's nach dem Intro. Ja, meine lieben Gold- und Silberfreunde, sprechen wir über das Thema Krisenschutz. Wann eignet sich ein Krisenschutz? Brauche ich diesen überhaupt? Naja, es ist so, wir stolpern gerade von einer Krise in die nächste und man möchte natürlich seine liquiden Mittel wie Geld immer schützen und dafür eignen sich Edelmetalle sehr, sehr gut. Man hat die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende sogar gemerkt, dass Gold immer einen Wert hatte und man merkt auch immer, wenn die nächste Krise kommt, flüchten sich sehr viele in Gold und Silber, also grundsätzlich in Edelmetalle. Als Krisenschutz eignet sich aber wie hier diese ein Unze von Gold. Wir haben hier die Luna UK Serie, Year of the Horse 2014. Nicht warum? Weil es einfach eine sehr große Einunzen-Goldmünze ist. Besser sind natürlich kleinere Münzen, denn das glauben natürlich auch nicht viele. Aber wenn es wirklich mal so kommen sollte, dass ich nicht mehr an Geld komme und muss meine Münzen verkaufen oder als Tauschmittel verwenden, dann komme ich mit so einer großen Münze nicht weiter. Denn da würde ich viel zu viel dafür bekommen, müsste sie zerstören, indem ich sie zersäge oder kaputt mache, sage ich mal. Dann ist das einfach nicht geeignet da dafür. Was ist denn mehr geeignet? Na ja, kleinere Größen. Wie hier haben wir eine schöne Kurantmünze, nämlich König Ludwig III., eine Deutsche Reichsmünze, 20 Mark. Warum eignet sich die gut? Es ist eine Kurantmünze, das heißt, es ist nur eine Goldlegierung. Wir haben hier keine reine Feingoldmünze. Diese Münze geht mir dann auch nicht wirklich kaputt. Durch Kratzer oder Beschädigungen ist einfach etwas stabiler. Sagen natürlich auch viele, na ja, in der Krise ist das ja egal, ob die Münze einen Kratzer hat oder nicht. Trotz alledem gibt einem natürlich jemand mehr, wenn die Münze einfach in einem makellosen Zustand ist. Deswegen würde ich das empfehlen. Bei den Kurantmünzen ist es so, dass diese nicht wie die Anlagegoldenmünzen dann verboten werden können. Denn es sind historische Münzen und deswegen würde ich im Krisenschutz eher auf diese setzen. Ihr werdet aber immer wieder sehen, dass das mit höheren Aufpreisen ist. Deswegen würde ich von diesen Münzen, wie Deutschen Reichsmünzen, eher abraten. Ich sage euch deswegen in diesen Videos auch nicht immer nur, wie ihr es machen könnt, sondern wie ihr manche Sachen auch verhindern könnt. Deswegen würde ich schon zwar auf diese Münzen setzen. Wenn ihr da günstige Münzen bekommt, ist das gut. Aber diese würde ich auch eher mal zurückstellen. Was immer eine sehr gute Investition ist, ist in die Schweizer Vrenelis. Ich habe euch hier einmal die 20 Franken mitgebracht. Bei 20 Franken sprechen wir hier von einem Preis von knappen 350 Euro. Die Vrenelis sind auch noch nie irgendwo verboten worden und ist eine perfekte Krisenschutzmünze. Ich habe über das Vreneli schon mal ein Video darüber gemacht. Das verlinke ich euch gerne oben. Schaut es euch an. Darüber erkläre ich dann noch mehr über die Vrenelis. Auch hier mit der 10 Franken Vrenelis Münze ist das eine sehr schöne und auch kleine Goldmünze. Aber hier muss man sagen, diese Münzen bekommt man wirklich nur noch sehr, sehr schwer. Und teilweise zu einem fast gleichen Preis wie die 20 Franken Vrenelis Münze, weil sie einfach rarer sind, muss man wirklich sagen. Und sehr schwer noch zu bekommen. Ich würde deswegen hier eher auf die 20 Franken Vrenelis Münzen setzen als Krisenschutz, damit ihr die habt. Das sind kleine, schöne Münzen. Und wenn ihr die 10 Franken habt, auch im Portfolio, ist immer wieder schön. Und in diese könnt ihr natürlich auch, wenn ihr wollt, investieren. Weiter haben wir hier auch eine historische Münze wie den Sovereign. Hier die Königin Elisabeth II. In jüngeren Jahren ist auch eine sogenannte Kurantmünze. Auch hier mit einer Goldlegierung ist also auch für einen Krisenschutz geeignet. Auch eine etwas kleinere Münze, auch für weniger Geld zu haben. Und das ist eben das Schöne bei diesen Münzen, dass sie einfach kleiner, handlicher sind, als wie die ganzen großen Unzen. Und ich einfach mit diesen kleineren auch eher mal Tauschgeschäfte machen kann, wenn es wirklich so sein sollte. Wenn ich einfach nicht an mein Bargeld komme, ist das einfach eine perfekte Möglichkeit, die man nutzen kann. Kommen wir noch zu einer Größe hier, die 1,10 Unzen Größe. Wir haben jetzt hier zwar die Britannia, was zu einer Anlagemünze zählt, zu einer Bullion-Coin-Münze, wie man es auch nennt. Das Problem wird hier sein, da sollte es wirklich mal so weit kommen. Wir sprechen ja hier über den Krisenschutz, auch zu Situationen, wo vielleicht die Regierung Gold verboten machen kann oder verbieten kann. Und dann kann es sein, dass die Anlagemünzen verboten werden und dann würde diese Münze auch darunter fallen. Da ich das aber eher nicht glaube, dass das passieren wird, möchte ich trotzdem euch diese Münze präsentieren. Warum? Weil es einfach eine kleine Münze ist. Die 1,10 Unze kriegt man ungefähr für 190 Euro. Und bei dieser Münze ist es einfach besonders, dass ich da viele kleine mir nehmen und holen kann. Und diese dann auch schön tauschen kann, weil sie schön klein sind. Und das ist für mich dieser Krisenschutz. Wenn ich gerade kein Geld zur Verfügung habe oder an kein Geld komme, dass ich dann diese kleinen Münzen da dafür hernehmen kann. Und somit immer liquide bin und nicht immer wie hier eine ganze Unze nehmen muss und diese zerkleinern müsste. Deswegen sollten auch in jedem guten Portfolio nicht immer nur die großen Münzen sein, sondern auch ein paar kleine. Ich würde aber trotz dessen nicht zu viele kleine Münzen nehmen, denn der Aufpreis ist da einfach dann irgendwann einfach zu hoch. Sollten aber in jedem Portfolio sein. An sich ist es natürlich immer schlauer, in die größeren Größen zu investieren, dadurch, dass der Aufpreis da nicht zu hoch ist. Aber wir sprechen ja heute über das Thema Krisenschutz und deswegen sind hier eher die kleineren Münzen. Weiter muss man natürlich nicht nur in Münzen investieren. Man kann es natürlich auch in Barren machen. Barren ist oft immer einfacher. Warum? Naja, da stehen die Größen drauf. Ich habe ein Gramm, zwei Gramm. Bei den Münzen muss man nicht mehr rumrechnen. Wenn man weiß, wie schwer eine Unze ist, dann kann man sich das bei einer Einzehntelunzen denken. Aber bei den Vrenelis, den Sovereins oder den Deutschen Reichsmünzen ist es dann natürlich schwerer. Und dann muss es man entweder wirklich einen Kopf haben oder nachschauen, weil sonst kann man sich diese Gewichtsmaße von den Goldanteilen einfach nicht merken. Deswegen sind Goldbarren immer eine gute Investition da rein. Besonders die kleinen Größen. Ich habe mir auch letztens mal zehn dieser kleinen Goldbarren geholt. Die kommen dann schön immer in diesen ganzen Blistern. Ist für mich einfach ein Krisenschutz, dass ich sage, ich habe auch kleinere Größen in meinem Portfolio zu den anderen gängigen Münzen. Und hier aber auch die zwei Gramm Größe etwas größer. Wir haben hier, wie ihr es kennt, den Kinebarren sogar an sich wirklich sehr, sehr schön und eignen sich perfekt da dazu. Wer jetzt sagt, Gold ist etwas zu viel für mich und ich möchte nicht nur auf Gold setzen, ist natürlich Silber auch die perfekte Option und Wahl dafür. Manche, die was dann denken, es könnte so eine Krise kommen, dass nur noch Edelmetalle etwas wert sind, dann möchte ich natürlich nicht immer nur für Gold etwas kaufen, sondern kann dann für Silber kleinere Sachen kaufen und dafür eignen sich diese Münzen einfach perfekt. Und wie schon vor 2000 Jahren bei den Römern war Silber auch etwas wert und man konnte auch mit Silber bezahlen. Deswegen nicht immer nur auf Gold setzen, sondern auch auf Silber. Ich habe hier den Krügerrand mitgebracht, eine sehr, sehr schöne Münze. Und auch im Krisenfall ist es so, dass dann die Milchfleckenbildung, wie hier beim Krügerrand leider sehr stark immer ist, nicht so interessant ist. Deswegen setzt man hier einfach wirklich auf die Münzen. Und die gängigen Münzen, wie den Krügerrand Maple Leaf zum Beispiel, den American Eagle, sind schöne Silbermünzen, wo man dann auch gut als Krisenschutz hernehmen kann. Und ich würde da einfach auch empfehlen, diese zu kaufen. Für euch noch als Tipp, schaut, dass ihr eine differenzbesteuerte Münze noch findet, denn 2023 sind diese Silbermünzen geändert worden, nicht mehr auf diese differenzbesteuert, sondern auf 19% besteuert in Deutschland. Ihr könnt aber noch differenzbesteuerte ergattern, wenn der Händler die Münzen noch vor 2023 gekauft hat und dann quasi die Restbestände noch verkauft und euch geben kann. Schaut da drauf, dass ihr wirklich eine günstige Münze vielleicht noch bekommen könnt, wo ihr einfach ein bisschen Geld sparen könnt da dabei. Und Silber, wie gesagt, auch nicht immer unterschätzen. Zusammenfassend kann man nochmal sagen, ich würde im Krisenschutz immer auf kleinere Größen setzen, nicht auf diese große, sondern wirklich auf die kleineren. Egal, ob ihr jetzt Münzen oder Barren nehmt oder auch den Silberbereich. Ihr seid da immer gut dabei, wenn ihr kleine Größen nehmt, aber im Silberbereich würde ich trotzdem immer bei mindestens einer Unze bleiben, weil die Aufpreise sonst einfach immens sind bei anderen Münzen. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können, wie ihr Gold als Krisenschutz verwenden könnt und was es für Möglichkeiten gibt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und ich würde mich sehr freuen darüber. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.